Herzlich willkommen zu 72 Stunden ohne Kompromiss. Schön, dass du dabei bist. Du tust etwas cooles, viele andere in ganz Österreich auch. Und weil du mit allen in Verbindung sein möchtest und mitbekommen willst, was diese so tun, machst du Fotos und stellst sie ins Netz. Zum Beispiel auf Facebook, Instagram oder Twitter. Veröffentliche keine Fotos, die dir oder anderen peinlich sein könnten. Frag die Abgebildeten vorher, ob sie mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Veröffentliche nur Bilder, die du selbst gemacht hast. Aber wie siehst du die Fotos der anderen? Wie können sie deine Fotos sehen? Ah ja, ich füge einfach den Hashtag 72 Stunden bei und alle können im Netz danach suchen. So kann die ganze Welt euer Engagement sehen. Wir von 72 Stunden ohne Kompromiss werden auch coole Fotos teilen. Also habt viel Spaß und zeige es!